Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Gut, beim letzten Mal wieder eindeutig besser abgeschnitten. Hust, Hust. Das erste Mal... Äh. Okay, das erste Mal. Die Spielzeugschachtel zählt einfach mal nicht. Gut. Reifen-Ozean. Rein da. Also. Die habe ich auch eindeutig länger in Erinnerung. Aber auch nur, weil sie so scheiß groß ist wieder. Die Lila-Münzen um Reifen-Ozean. Ja Gott, der Name wird sich nicht mehr ändern. Der wird immer mit die Lila-Münzen und dann... ...irgends in der Galaxie haben. Natürlich. Überall ein paar verstreut. Bah. Mag sowas nicht. Gut. Hallo, Beanpilz. Das ist wieder so ein... Ein-Part-Wert wahrscheinlich. So. Warum kann die Biene eigentlich auf der Wolke stehen? What the fuck? Die hätte ich. Und hoch. Komm her. Danke. Oh, das ist die Titel sonst Level. Okay, Hecht-Schrunk-Kunst wird nicht. Du nimmst mich bitte mit nach oben. Danke. Scheiß auf die Münze... ...äh, auf die Sternteile. Bitte lieber rüber. So. Und... Hepp. Gut. Und... ...die nehme ich aber mit. Hepp. Ah. Gut. UGH! So. Jetzt aber. Ey, wo ist die Kanone hin? Oh. Gut. Äh. Bitte aufpassen. Danke. Das hat schon wieder geleckt. Ja, es leckt. Oh, ich hab sie. Gut. Äh, da vorne war einer. Gut. Gut, gut, gut. Das ist alles okay. Das ist jetzt eine Galaxie, da würde ich gerne ungern sterben. Gerne? Ungerne? Sterben? Ne. Ungern. Gerne sterben. So. So passt's. Äh. Äh. So. Danke. Hopp. Äh. 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 doch darauf das war scheiße knapp aber so was von knapp natürlich muss man in der galaxie die nächste bienen zu tun hat alles als biete machen das natürlich nintendo aber gedroht möchte ich auch haben sich verarschen wieder hoch danke ich muss eh da unten hin ach ich kann die nicht betätigen cool ach schade hätte klappen können so vorne war ein bienenfeld oder oder ja gott sei dank kann man die eigentlich darunter schießen kann man tatsächlich gut dann hepp und hepp ja möchte ich auch wieder haben danke und euch auch so komme ich am besten wieder hoch wohl keine ahnung schaue ich da hin ja sagst du oben warst ich wäre es unten gewesen so wie viele muss ich hier haben sagst du mir sogar beim ersten kanal münzen mehr im wasser ein mehr ist für mich ein deutlich größer ein ich ja ja so ich ich ga du Hallo Danke Keinen Bock auf Muschblaue Viecher am Kopf Gut, Egel Mir egal, BAM Aber eins, was ich gesagt Eindeutig geizig Irgendwann sind die Pilze großzügig verteilt Was muss man denen hier noch lassen? Nimm mich mit hoch Danke Einer Ernst? Ich hab Höhenangst, die trinke ich auch Bisschen Toad Bisschen Pilz, kannst du Höhenangst haben Okay Jetzt wachsen Im Normalfall Klingt gerade ab Ach, die war schon gerade am höchsten Punkt Da hab ich sie bekommen Sag das doch Okay, das wird nichts Gut Okay, bisher hat er nicht gelogen Es sind keine im Wasser Wenn, sind sie knapp überm Wasser Ich fahre mich gar nicht in die Mitte hin Oh Ich dachte, man würde hier damit auch ein paar bekommen Egal, so Dann geht's jetzt hier hoch Na, geht doch nicht hoch, wenn ich hochgehe Jetzt Danke So Okay, von Schuss ist mir jetzt mittlerweile schlecht Toll Glaub ich mal, vielleicht irgendwann gegen Zwölf oder so mit Pizza Schön, schnell und einfach Bam Und Es schmeckt Ähm Ob Ja Ja Danke Hier ist auch noch ein Trapp, oder? Ja Jaha Jedenfalls da Ich habe euch drei So langsam werden's weniger Oh Gott Hast du glaubst du gewollt, dass ich von oben Von unten nach oben fliege? Wahrscheinlich nicht So Gott Die letzten Halleluja Und Ja Danke Und Hab sie Ey, wolle dich verarschen, oder? Ich hoffe für dich da unten, dass du mir einen Stern dahin gibst Spächen Um dir das aufsammeln, die Demons zu leisten, sind die Tod Es sind der Tod so drunter, es pilzt und breitschaft Achso, darum seid ihr alle So verstreut Aber es ist euer Ernst Ich soll jetzt ganz von hier wieder Da hinten rüber Gibt's den Panzer Vielleicht nicht Ei, ei, ei Meine Güte Schüttel die Fernsehung Schüttel sie Los Also ich meine Sowas Sowas Man geht einmal rundherum Und dann Kommt der Stern einfach so mit einer Hälfte wieder an Ey, nee Los Beweg dich Ist das überhaupt schneller? Ich weiß nicht Ich hab das Gefühl, ich bin schneller So Äh Ach ja Achso, lass mich da hoch Du bleibst hier Und da rauf Gut Bäm So Meiner Meins 13 Minuten Beziehungsweise 12,5 Reicht Ein Part Reifen Reifen Ozean Kannst mich mal 117 Fehlen noch Sky Ach ja Du hast Standhelm mit zurückgebracht Yay Speichern Ja So speichern Gut Aber Wie gesagt Ich sag dann jetzt Tschau Ich sag dann